Ups, Ola. Ich hoffe, mir stimmt es, dass wir jetzt eine Blockkarte haben. Weil dieses komische Teil da, diese Nuss da, was an dem Baum hängt, kann man einsaugen. Deswegen. Habt ihr eine Blockkarte? Ja, habt ihr. Oh yeah. Darf ich auch irgendwann mal drankommen? Irgendwann mal, danke. Oh yeah, tot. 90 Erwahrungspunkte. Oh, 95. Okay. In the mind. Das ist doch nicht fair. Warte, hier war auch irgendwo noch ein Gegner. Habe ich ganz vergessen jetzt. Darf ich auch mal drankommen? Danke. Blockkatze. Natürlich nicht. Warum denn noch? Oh yeah. Zwei haben Feuer gefangen. Und noch mal, bitte. Yeah. Okay. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Aua. Hey, nicht schubsen. Passt doch auf. Hilfe. Ich krieg keine Luft. Ich will nach Hause. Hey, ihr da. Was macht ihr da? Oh, 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 oh. So, man kann dich zischen, dann kann es auch mal vorbei sein. Ähm, Bowser, wenn... Wenn Mario dich doch immer platt macht. Er macht dich doch auch immer platt. Das ist doch... Merkwürdig. Okay. Hm. Okay. Okay, kurzer Cut. Okay. Vielleicht kann ich dieses Ding aus Brücke nehmen. Vielleicht. Okay. Ähm, Mario. Ihr wurdet nach dem Bosskampf nicht geheilt. Ist ja ein bisschen arm, ne? Ja. Dankeschön. Mein Gott. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Hätte man so richtig dieses... Nein, 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 nein. ...machen können. Oh, nein. Ich weiß, was ich für heute gemacht habe. Wow, Glück gehabt. Oh, ja. Und zack. Ja klar, es würde er so perfekt werfen können. Okay, wir freuen uns auf unsere Truppen. Juhu, gerettet, König Bowser! Und jetzt los, auf zu meiner Festung. Jawoll! Die Gumbas sind nun als Schergen dabei und mittels Gumba-Geschosse einsetzbar. Die Gumbas sind nun als Schergen dabei. Okay. Okay. Ne, danke. Ich werde jetzt mal gucken, ob sie eine Blockkatze haben. Man kann ja nie wissen. Okay. Bitte Blockkatze, bitte Blockkatze. Natürlich nicht. Aber hey, wir können uns einmal die Attacke mal üben. Zum Starten berühren. Okay. Okay. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen in die Attacke. Okay. Danke. Und komm. Friss meinen Schlag. Danke. Come on. Oh, neuer Gegner. Hast du Blockkatzen? Oh, zumindest ist es ein Kollege da drüben. Okay. Blockkatze!